Hallo da draußen! Frisch von der Spielefront meldet sich Hagen Geritz für Gamers Global mit dem Test zu Valkyria Chronicles 4 in der Version für Nintendo Switch. Entwickler Sega entführt die Spieler in dem Mix aus Rundentaktik und Echtzeit-Action auf eine alternative Erde im Jahr 1935. Durch kräftige verlaufende Farben und schicke Grafikfilter erscheint das Europa dieser Welt wie mit Wasserfarben gemalt, während das Figuren-Design sich der Anime-Ästhetik bedient. Die Stimmung ist jedoch düster. Im Streit um das Alleskönner Mineral Ragnid ist der Zweite Weltkrieg, ähm also der Zweite Europäische Krieg ausgebrochen. Die Atlantische Föderation im Westen wird von der schon böse klingenden osteuropäischen imperialen Allianz in die Defensive gedrängt und startet eine verzweifelte Gegenoffensive. Als Spieler übernehme ich die Rolle von Claude Wallace, Kommandant der Elite Ranger Staffel Squad E. Mit Training und Taktik bringe ich meinen Haufen lebendig aus den Schlachten der Ostfront. Neben der umfangreichen Geschichte und der Trupporganisation bilden die Gefechte mit kleinen Verbänden den Kern von Valkyria Chronicles 4. Die Kampfmechanik ist in der Praxis ebenso spaßig und eingängig, wie sie umständlich zu beschreiben ist. Das Schlachtfeld breitet sich zunächst in Form einer Landkarte vor mir aus. Ziehe ich mit einer der darauf eingezeichneten Figuren, verbraucht das einen Kommandopunkt. Selbes gilt für Befehle, die etwa die Genauigkeit einer Einheit erhöhen. Habe ich alle Punkte verbraucht, beginnt die Runde des Gegners. Wie üblich bei Rundentaktik kann eine Einheit sich in ihrem Zug bewegen und eine Aktion ausführen. Der Clou daran ist aber der Perspektiv- und Tempowechsel. Ich steuere Soldaten und Panzer nun in Echtzeit aus der Fürth-Pirson-Sicht. Durch gegnerische Salven und zwischen Minen hindurch sporte ich zur nächsten Deckung. Ein Balken zeigt meine Bewegungsreichweite, während farbcodierte Sichtlinien vermitteln, wo der Feind steht und wann er nachlädt. Habe ich mich positioniert oder laufe einem versteckten Gegner unvermittelt in die Arme, hämmere ich schnell die Schultertaste, worauf das Fadenkreuz erscheint und die Zeit wieder still steht. Selbst mit den Reflexen eines toten Lamas ist also ein Kopftreffer machbar. Die Treffsicherheit bestimmen dabei Klasse, Werte und Ausrüstung. Hinzu kommen einige feine Details, wie dass benachbarte Einheiten die Chance haben, gemeinsam anzugreifen. Die ersten Spielstunden bergen akute Déjà-vu-Gefahr bei Kennern der Serie. So vertraut fühlt sich alles an. Valkyria Chronicles 4 legt ein gemütliches Tempo vor und hat erst zur Mitte der Kampagne alle der überschaubaren neuen Mechaniken eingeführt. Dazu gehören neue Befehle, wie die Anforderung von Artillerieschlägen, aber auch die Kommandofunktion. Für rare Spezialpunkte befiehlt ein Offizier damit Kameraden in der Nähe ihm zu folgen. Effektiv ziehen also bis zu drei Fußtruppen auf einmal. Oh, bitte warte hier! Die Klassen Aufklärer, Sturmtrupp, Lancier, Pionier und Scharfschütze werden um den Grenadier ergänzt. Der sprengt per Mörser Gegner aus der Deckung und stört die gegnerische Bewegung mit seinem Bombenhagel. Was habe ich gelacht, wenn ein bombardierter Imperialer mit lustiger Rektor-Physik durch die Gegend segelte. Mindestens ebenso laut habe ich aber geflucht, wenn mich in späteren Gefechten gefühlte Bataillone an verschanzten Grenadieren bei jedem Zug nervten. Die richtige Taktik in den Missionen besteht stets aus effektiver Ausnutzung der Klassen. Ein Scharfschütze etwa kann die Eskorte eines Panzers aus sicherer Distanz ausschalten, damit der Lancier mit seinem Raketenwerfer den Schwachpunkt an dessen Rückseite erreicht. Oder ich erobere mit flinken Spähern ein feindliches Lager und rufe dort schwere Truppen als Verstärkung, das geht schneller als die lahmen Typen vom Startpunkt dorthin laufen zu lassen. Die Missionen der Kampagne führen Claude's Squad an verschiedenste Orte. Blühende Felder, zerbombtes Niemandsland, endlose Eiswüsten und nächtliche Wälder, die zum Teil taktische Möglichkeiten wie das Legen von Bränden bieten. Optisch überzeugt bei Curia Chronicles 4 auch auf der Switch mit seinem Aquarell-Grafikstil. Im Detail fallen jedoch gerade in der Nahaufnahme der Storyabschnitte einige sehr matschige Texturen ins Auge und bei den Schatten kann ich die Handvoll Pixel einzeln zählen. Im Dock liefen die Schlachten bei mir stets butterweich, mobil hingegen kam es manchmal bei vielen Gegnern in der Aktionsphase zu Verzögerungen beim Wechsel zwischen Echtzeit und Rundenmodus. Die Zielstellungen gestalten sich spannend und ändern sich oft im Laufe einer Mission. Meist geht es darum einen Zielpunkt zu erreichen, statt einfach alle Feinde zu besiegen. Oder ich muss beispielsweise im Nebel Panzer für die Artillerie markieren. Das Missionsbriefing gibt jedoch wenig Aufschluss, welche Truppen und Ausrüstung empfehlenswert sind. Im schlimmsten Fall führt das zu Trial and Error. In der Regel geht es aber auch so, denn die KI ist hoher als ein Bombentrichter. Die allein von ihrer schieren Überzahl euphorisierten Feinde stürzen sich kopflos auf ihre Ziele und schießen auch gerne mal sinnlos auf Wände hinter denen Truppen hocken. Schon pathologisch sind die suizidalen Neigungen der Imperialen. So gelang es zwar einem cleveren Streuner weit hinter meinen Linien mein Hauptlager einzunehmen. Als ich jedoch den Spielstand loot und einen Panzer in den Weg stellte, spurtete der Soldat bewaffnet mit einer kümmerlichen Granate seinem Ende entgegen. Eine Designentscheidung kaschiert diesen Makel etwas. Die Bewertung einer Schlacht basiert ausschließlich auf den benötigten Runden bis zum Sieg. Somit besteht der taktische Anreiz eher darin, gefährliches Terrain und befestigte Stellung durch koordinierte Züge möglichst effektiv zu meistern. Zugleich darf kein einziger meiner Fußsoldaten fallen. Die lassen sich bei Abschuss aber sehr einfach vom Feld evakuieren oder raffen sich durch das letzte Gefecht-Feature allein wieder heroisch auf. Das Rangsystem engt den Spielraum der effektiven Taktiken ein und schafft dabei ein anderes Balancing-Problem. Wer hohe Wertungen erreicht, hat Geld, Erfahrung und Spezialwaffen im Überfluss, was die Herausforderungen für bereits sehr gute Spieler noch einfacher macht. Tendenziell erschien mir der normale Schwierigkeitsgrad recht leicht, da meine Truppen etwas mehr aushalten als der Gegner. Die Ausnahme von der Regel bedeuten einige unvermittelt sehr schwere Missionen. Nach einem erkämpften Sieg lande ich im Menü, das in schöner Serientradition in Form eines Buches daherkommt, in dem ich zu allen früheren Missionen und Dialogen zurückblättern kann. Außerdem finde ich hier den Hauptquartier-Bildschirm zur Organisation meines Trupps. Erbeutetes Geld investiere ich in bessere Uniformen, Teile für Klorts Panzer und Waffen mit Spezialisierung. Schließlich kann ich einzelnen Charakteren für Feintuning erbeutete Spezialwaffen und Talismane zuweisen. Hier trifft Valkyria Chronic Kids 4 für mich das richtige Maß an Optimierungsspaß, ohne in zu viel Mikromanagement auszuufern. Bleiben die Erfahrungspunkte. In der Kantine kann ich damit neue Befehle erhalten oder beim Übungsgelände den Level der Klassen steigern. Dies bringt nicht nur ebenfalls neue Befehle, sondern auch klassenspezifische Potenziale zum Vorschein. Das bringt uns zu den Charakteren. Bei Squad E handelt es sich nämlich keineswegs um gesichtsloses Kanonenfutter. Jeder der überzeichneten Burschen und Mädels hat kleine Hintergrundgeschichten. Ihre individuellen Potenziale sind Boni und Mali, die Charakterzeichnung mit Gameplay verzahnen. So hält sich Sturmtruppführer Raaz für unbesiegbar und wird schwerer zu treffen, wenn seine Lebenspunkte unter die Hälfte fallen. Aber nicht alle Potenziale sind berechenbar. Der Zufall entscheidet, wann Scharfschützin Reige aus Schüchternheit an Genauigkeit verliert. Die Auswirkungen sind intransparent und unnötig nervig, wenn deshalb ein ganzer Zug verschenkt ist. Ein Anreiz der optionalen Squad Mission besteht auch darin, dass sich zum Teil negative in positive Potenziale wandeln. Figuren und Geschichte sind ein essentieller Bestandteil von Valkyria Chronicles 4. Schließlich verbringe ich gut die Hälfte der Zeit, wenn nicht mehr, beim Lesen oder der Organisation der Truppe statt im Kampfgetümmel. Weil Zwischensequenzen in Spielgrafik rar gesät sind, spielt sich inszenatorisch ein Großteil der Erzählungen in voll vertonten Textboxen ab, zu denen die Charaktere in Nahaufnahme steife Animationen abspulen. Die Handlung nimmt sich viel Zeit für ihre Figuren, kommt dafür aber nur langsam voran. Die optionalen Nebengeschichten bringen den Handlungsfluss zusätzlich ins Stocken. Ihr spielt Nebenaufgaben direkt, lest nicht so schnell oder hört gerne die Sprachausgabe, dann habt ihr in der Zeit, die es braucht, Uncharted 4 eineinhalb Mal durchzuspielen, wahrscheinlich noch nicht eine verdammte der kaum bezwingbaren Valkyria gesehen, die der Serie ihren Namen geben. Die Geschichte versucht mal mehr, mal weniger gelungen, die Gräuel des Krieges einzufangen und hält einige Wendungen bereit. Am Ende des Tages wird Squad E einiges durchlitten haben und die Föderation, die anfänglich klar als gute Seite erscheint, steht nicht mit unbefleckter Weste da. Da Valkyria Chronicles 4 mir seine quirligen Figuren nahe brachte, habe ich mich gerne durch die langen Dialogszenen gelesen und Anteil an den pathetischen, humorvollen und tragischen Momenten genommen, deren Stimmung der orchestrale Soundtrack gelungen untermalt. Wer jedoch mit den Augen rollt, wenn junge Erwachsene mit Helmallergie den Tag retten und keine Toleranz für Anime-Archetypen hat, dem wird sich ein guter Teil des Spaßes durch das Überspringen der Handlung entziehen. Die englische Sprachausgabe erfreute mich mit bekannten Sprechern aus Reihen wie Fire Emblem und Persona, die ihre Rollen überwiegend gut spielen. Bei den deutschen Texten fielen mir dagegen gelegentliche Fehler und ungelenke Formulierungen auf. Und damit komme ich zur Wertung. Valkyria Chronicles 4 ist ein würdiger neuer Eintrag in die Serie geworden, der auch auf der Nintendo Switch seine Stärken ausspielen kann. Die Handlung kämpft sich zwar nur langsam zu ihren Höhepunkten vor, aber ich bin ihr bisher stets interessiert gefolgt. Großen Anteil daran haben die sympathisch schrulligen Männer und Frauen meines Trupps, der empfindsame Kommandant Claude, Ferrier, die nie ihren Ritterhelm abnimmt und viele mehr. Gerade meine Lieblinge unter den toll synchronisierten Querköpfen begleite und optimiere ich gern. Technische Schwächen wie Texturbrei trüben die Wirkung des malerischen Grafikstils selten. Die wendungsreichen Aufträge fordern für hohe Ränge effizientes Taktieren. Grundlegend fühlt sich die Spielmechanik mit ihren Tempo- und Perspektivwechseln immer noch unverbraucht an und macht Spaß. Ein gut durchdachter Zug kann wie am Schnürchen laufen oder durch das verhängnisvolle Klicken einer übersehenden Landmine in Flammen aufgehen. Die Grenadiere sind für mich Fluch und Segen zugleich. Andere Neuerungen wie das letzte Gefecht verwundeter Einheiten sind dagegen eine willkommene Ergänzung. Andererseits ist es schade, dass Sega nicht noch einen Schritt weiter gegangen ist. Alte Schwächen wie die Kanonenfutter-KI hätten durchaus eine Weiterentwicklung vertragen. Zu oft gibt mir die Missionsbeschreibung zu wenig Anhaltspunkte für eine effektive Vorbereitung. Unterm Strich ist also das Schlimmste, was ich bei Curia Chronicles 4 vorwerfen kann, dass es nur so gut wie Teil 1 der Reihe ist. Und das ist alles andere als eine unehrenhafte Entlassung. Meine Wertung lautet daher 8.0 von 10. Diesen Test gibt's als Video, Audio und Text. Weitere Fakten zum Spiel findet ihr auf GameOSglobal.de D.E. Incoming! Es geht im Moment! Euch gibt's die 76er- 커-Gate projekt. Untertitelung des ZDF, 2020